Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Atomix is coming back with smiling and happy faces. It looks like you had a good jump, guys. Yeah, of course. It was really nice. Best trainee ever on the hill. I think so, yeah. Definitely. One of the new, young, talented teams in Germany. How was the competition? That was round two? Yeah. Okay. And how was the first two jumps? Are you happy with it? Yeah, we are really happy with it because I think we never did them that good in training. And we had a little bit weather holes here too, right? Did you still energy and motivation, everything after all that rain and wind, Peter? A little bit weather hole? Where have you been all the time, Kurt? It was almost two and a half days weather hole just in between round one and now round two. But I think it's going to be fine until tomorrow. It's difficult to keep the energy up, right? All good. Keep going, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Atomics. Du rigalst, ECHT? Ich dachte echt. Du rißst dir die Kamera vor dem Helm, ey. Super. Hast du den Anfang? AM Wir zu früh aufgemacht, oder so? Nein nein, nein, nein- Ich hatte auch gedacht, dass ihr bei Grün auch ... Und wir hauen die gerne mal noch auf die Schulter trajectú. Super. Becker, wo die rausgekommen. don umيまぁib 죽. Du hast mich so da reingezogen, ich bin voll mit der Kamera an deine Türe abgeknallt, ey. Ich hab das bisher nur einmal erlebt, und das war aus der Twin Otter. Und da haben wir den Video-Mann fast zu zweit nicht reingżamun. Und deswegen habe ich jetzt gerne hier gekriegt. Komm mir noch heile? Ich hatte den Fuß so dran, aber es hat mir gehört. Hey, reiß mir in die Kamera vor mir! Ich hoffe das. Was? Was hoffst du? Ja. Alles gut, super. So, hier ist offiziell. Ja, ich auch. 14 waren sie auf jeden Fall. Zweite. Okay, Spili, jetzt sind wir hier in offiziellen Mission. Hier ist er. Thomas Spielvogel. Er ist nur Spili für alle. Und Thomas, wir haben dich seit wie vielen Jahren in der 4-Way-8-Way-Formation-Skydiving-Competition in den Weltmeets? Es ist genau das. Ich habe in 1984 gemacht. Ich habe meine erste Nationals gemacht. Und heute ist es 2013, also sind es 30 Jahre. Und du warst für ein Zeitpunkt mit celebrities wie Mark Kirkby und anderen für die meisten Weltmeets. Wie ist deine Position da? Bist du jetzt Nummer 1? Ich bin nicht sicher, weil ich die letzten zwei. Ich bin auf 11 Weltmeets so far. In 4-Way-8-Way. 11? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist Mark ein weiterer. Ich weiß nicht. Ich bin auf meinem ersten Mal. Ich weiß nicht. Ich bin bei dir. Ich bin bei 1989. Ich bin bei Empuria-Brava. Wir hatten eine sehr schöne Team. Wir hatten eine sehr gute Sponsor mit dem Wir machen viele Jumps zusammen. Und niemand kennt uns. Wir kamen da als Rookies. Und wir haben uns in 7. Ich denke. Wir haben eine sehr gute Average. 12.3 in 1989. Ich glaube, ich war 6 Punkte hinter der 3. Platz oder so. Ja, es war ziemlich nahe zu den Metallen Platz, aber es war wirklich gut. Und jetzt hast du schon ziemlich eine Geschichte hinter dir. Thomas, du fällst von deinem Auto und bist aus dem Spiel. Was ist passiert? Okay, das ist eine gute Frage. Thomas, du bist aus wie lange? Ja, ich war nicht Skyliving für 19 Monate. Das war der längste Freude, als ich jemals habe. Und ja, ich hatte ein wirklich schlimmer accident. Ich fällte aus meinem Auto über 12 Meter. Das ist ein Semi-Trailer, ich meine, es ist ein großer Auto. Ja, es ist ein Semi-Trailer, ein großer Auto. Und ich fällte in eine hole über 12 Meter. Und ich war wirklich glücklich. Und mein formerer Team-Mate, Adrian, ist ein Doktor. Er war wirklich gut nach mir. Und ich konnte endlich jumpen. Ich fällte mein erstes Jump an Ostern dieses Jahr. Und nach 19 Monaten der Erkrankung. Und jetzt bin ich wieder. Und jetzt werden wir zurück nach World Meets, weil du bist in der 8-Way-Line-Up. Ja, ich bin zurück in der 8-Way-Line-Up. Und vielleicht bald bin ich in der 4-Way-Line-Up wieder. Wer weiß. Ja, natürlich. Well, good luck in the next 30 years or ever, Thomas. Thanks for taking a few minutes. Ja, thank you. Bye. Thomas, Spiele, Spielvogel.